Wie waren die Zahlen vom Wochenende? Ja, wir werden ein Problem haben. Die Zahlen waren nämlich sehr gut. Wichtig ist, dass wir alle Informationen immer sofort verfügbar haben. In Hamburg gehen wir ins Große, in Berlin lassen wir ihn da, wo er ist. Das ist eine Menge Popcorn, ja. Die Philosophie ist das ganz Einfache, dass wir Firmen optimal präsentiert haben wollen. Und da das die anderen nicht geboten haben, müssen wir Kinos eben selber machen. Und, hören Sie 007, was habe ich in den letzten 35 Jahren nicht alles gebaut? Die Uhr, die Stifte, unzählige Autos. Mein lieber James, alles Spielzeug im Vergleich zu diesem BMW. Bringen Sie ihn zurück, 007. Dieses eine Mal. Gibt es kein Mittel dagegen, dass mein Nachbar immer meine Einfahrt zupackt? Ich wünsche mir, dass das nicht wahr ist. Kann nicht jemand den Regen abstellen? Zugegeben, wir können nicht alle Ihre Wünsche erfüllen. Aber wir sind offen für Ihre Gedanken und versuchen so viel wie möglich davon in die Tat umzusetzen. Shell, Ihre Wünsche sind unser Antrieb. Gibt es hier eigentlich auch die Chips frischen? Ja, Chips frisch. Chips frisch. Wie für dich gemacht. Halbes Koffein, volles Verwöhn-Aroma. G-Police, jetzt bei Ihrem Händler. Jetzt nicht. Trockene Haut ist ein Problem. Deshalb gibt es Bepantol Roche Waschlotio für die sanfte Reinigung. Lotio F, um ihr Fett und Feuchtigkeit zu geben. Und jetzt ganz neu. Bepantol Gesichtscreme. Sie hilft trockener Haut wieder zart und geschmeidig zu werden. Bepantol hilft der Haut, sich selbst zu helfen. Jetzt freuen sich alle auf den Abend. Auf Winterabend von Maria Krohn. Köstliche, winterliche Gewürze, verfeinert mit einem Hauch Maria Krohn. Winterabend, neu von Maria Krohn. Jeder im Team muss 100% geben. Darauf will ich mich verlassen können. Auch bei meiner Bank. Bank24. Mehr Bank braucht kein Mensch. Bank24, ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe. Heute ist Miraculitag. Tja, denn meine Kleinen, die wissen genau, was schmeckt. Klar, die einzelnen Zutaten machen Miraculis so lecker. Echte Spaghetti, köstliche Tomatensauce und Mama Miraculis Originalwürzmischung. So schmeckt's wirklich. Mh. Miraculissimo. Und wann ist ihr Miraculitag? Mh. Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Glieder- und Rheumerschmerzen. Leider sind nur die wenigsten von uns in der Lage, Schmerzen durch reine Willenskraft zu überwinden. Mit vielen Arzneimitteln helfen wir gegen Schmerzen. Fragen Sie nach Ratiofarm. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderbar würzig Mirakelwip schmeckt locker und würzig Jetzt mit tollen Rezeptideen auf jedem Glas Ihr Haar ist täglich vielen Belastungen ausgesetzt Deshalb enthält Nivea Haircare jetzt ein wertvolles Pflegevitamin Es dringt ins Haar ein und unterstützt aktiv seine Gesundheit Neu Nivea Haircare mit Pflegevitamin Nimmt man das Postbank Sparbuch 3000 Plus genauer unter die Lupe Entdeckt man, dass da ab 3000 Mark beachtliche Zinsen drinstecken Trotzdem kann man sich natürlich jederzeit daran bedienen Rufen Sie jetzt an 0130 7890 Postbank, schließlich ist es Ihr Geld Genießen Sie jetzt wieder die feine Weihnachtstrüffel von Rittersport Quadratisch, praktisch, gut Krombacher gibt es auch in einem kleinen Kasten Der Krombacher 11 Das sind elf Krombacher Handlich und leicht Der kleine Kasten für den großen Genuss Krombacher 11 Der Sonntagabend Pro 7 Mystery Mit Akte X Also ist der Golem ein unvollkommenes Wesen? Er ist im Grunde ein Monster Und er muss von seinem Schöpfer zerstört werden Und was zerstört ihn? Und danach Outer Limits Ein Trip in die Vergangenheit Zeitreisen Verstehen Sie, man verhindert ein paar Brechen, bevor Sie begangen werden Mystery Morgen ab 20.15 Uhr Pro 7 Gute Unterhaltung Mega Kino Ein Angriff des Terrors Doch Chuck Norris schlägt zurück Invasion USA Gleich im Anschluss auf Pro 7